Ballbesitz für den 1. FC Köln. Treffer für die Kölner. Ein nervenaufreibendes Viertelfinale, hinter sich der Schussversuch und da musste Louis Weber richtig hinlangen. Da wird fröhlich mitgesungen. Der Kölner singt gerne. Das ist ja bekannt. Jetzt haben wir hier Jermaine Konsbruch und den Keeper Dermin-Louis Weber. Konsbruch, ja. Eher Nationalspieler. Eben schon deutlich lobend erwähnt im Viertelfinale bei dem 4-1 Erfolg gegen Hannover 96. Köln setzte sich knapp mit 5 zu 4 gegen Hertha BSC Berlin durch. Auch schon so ein gefühltes vorweg genommenes Halbfinale. Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Bielefeld ja Finn Holsing, Sohn von Turniergründer Heinz-Dieter Holsing. Hier das Foulspiel an der Bande und das dürfte eine Minimum mehr Mahnung geben. Ich glaube es gibt sogar zwei Minuten, ja. Völlig zu Recht. Der Check an der Bande, da sind die Schiedsrichter auch angehalten. Völlig zu Recht so zu entscheiden, auch wenn sich Vincent Friedsam da komplett aufricht. Aber richtige Entscheidung, weil die Checks an der Bande einfach hochgefährlich sind. Tor Bielefeld jetzt in Überzahl, haben den fünften Feldspieler auf die Platte geholt und haben jetzt alle Möglichkeiten in Überzahl das zu lösen. Und dafür müssen sie natürlich sauber spielen, müssen sie klar und schnell spielen. Den Gegner immer wieder verschieben, sich nicht auf diese Schermützel einlassen. Gut gespielt jetzt mit der Acke. Kriegt er den nochmal rumgelegt? Nein, Ball geblockt. Was macht Friedsam? Genau, erstmal Ball halten. Amina muss jetzt vorne Druck machen, richtig. Um schnell den Ball wieder zu bekommen. Nächster Schussversuch. Sie müssen es spielerisch lösen. Sie müssen die Überzahl ausspielen. Sie müssen sich breit und tief aufstellen. Gegenspiele isolieren, um dann eine temporäre 2 gegen 1 Überzahl zu schaffen. Das ist das, was sie tun müssen. Guter Versuch hier von Jermaine Konsbruch. Sie machen es noch nicht optimal. Und jetzt Peter Slav auf der Trete gleich durch. Kann sich fassen, dass sie da die Kölner hinten rum spielen lassen. Da sehen wir ihn. Er wird am liebsten auf die Platte gehen. Jetzt die Möglichkeit für Konsbruch quergelegt. Wieder ein Fuß dazwischen. Und jetzt auf der Konter für die Kölner. Es sind noch 45 Sekunden Überzahl für Amina Bielefeld. Die sollten sie ziemlich zügig nutzen. Sonst haben sie eine riesen Chance in diesem Halbfinale verpasst. Stattdessen jetzt die große Möglichkeit zum 2 zu 0. Noch 28 Sekunden Überzahl. Sie müssen mehr Druck machen. Da, Peter Slav auf. Sie spielen sich clever. Sie verstricken sich in diese Scharmützel. Da, sie gehen da 1 gegen 1 völlig unnötig. Sie haben mit dem Torwart hier 2 Mann mehr auf dem Feld. Hier in den 5 Sekunden ist die Überzahl vorbei. Hier ist letzter Abschluss. Köln wieder vollzählig. Da haben sie eine riesen Chance vertan. Die haben ihn. Eine riesen Chance. Hier zum Ausgleich zu kommen. Hier ist der Schussversuch wieder geblockt. Acht Minuten auf der Uhr. Acht Minuten auf der Uhr. Bielefelder ja auch schon einige bekannte Cup-Spieler hier hervorgebracht. Die waren für den Cup für die Amine auf dem Platz standen. Tim Danneberg, Diego Demme, Michael Hundstedt, Robert Tesche, Max Wegner. Die waren soweit da. Und hier die Anforderungsrufe vom Fanclub des 1. FC Köln. Junge und alt. Junge und alt. Achhi. Du! Weiter Ball abgelegt, gut gemacht, Überzahl jetzt für die Kölner. Oh, das war schwach gemacht, da waren sie mit 3 gegen 1 in der Überzahl. Oh, jetzt zieht Konzburg da den Ball auf, der Ball ist im Tor. Treffer zählt nicht, Treffer zählt nicht. Reuben Fritz hat das so interpretiert, dass Louis Weber den Ball schon sicher hatte. Jetzt schauen wir, ja, Weber selber hätte gar nicht reklamiert, glaube ich. Ich glaube, der Ball war frei, der ist ihm einfach aus der Hand gerutscht. Nichtsdestotrotz, für uns gar nicht schlecht, so bleibt es wenigstens spannend hier. Nur ein Tordifferenz für dieses zweite Halbfinale. Wer wird der Finalgegner von Borussia Dortmund? Ach, Köln, eine Menge prominenter Spieler, die hier schon aktiv waren für den FC in den letzten Jahren. Dann ist die 18. Teilnahme der Kölner. Mit dabei waren Christian Clemens, Dennis Elbstein, Jannik Gebner, Timo Horn, der Keeper. Mitchell Weiser von der BSC Berlin. Und natürlich, er steht über allem der erste Topscorer der Kölner im Jahr 2001, Lukas Podolski, der Weltmeister. Mittlerweile in Japan aktiv. Seine Nachfolger sind hier am Werk und Joshua Schwierten. Hier im Bild der Kölner Kapitän trifft zum 2 zu 0. Und jetzt kommt Konsbruch als fünfter Feldspieler. Jetzt wird das Risiko nochmal erhöht. Schöner Treffer hier zu sehen. Der weite Ball wieder gut verteidigt von Dennis Dahmen. Noch ist nichts verloren für alle Fans von Amina Bielefeld. Genug Zeit hier, mindestens auszugleichen. Da haben wir die Kölner, marschieren jetzt, das ist der Versuch. Und dann ist der Konsbruch, der kann auch Torwart. Wieder ist er da. Torzählt nicht, das Spiel war schon unterbrochen, Ballbesitz für Amina Bielefeld. Weiter, Ballschade gut abgelegt eigentlich. Kriegt er den nochmal rum. Klasse gemacht. Das war ein Traumtor. Über ein paar Stationen. Das sah so aus, als wäre der Ball weg. Und jetzt das 1 zu 2. Langer Ball. Zweimal weitergelegt. Zack per Kopf, zack per Kopf. Und rein gemacht. Wunderbar. Vollendet von Thunay. Kultuan. Doppelkopf-Vorlage. Konsbruch wieder da. Wunderbar im Tor dabei. Wieder weiter Abwurf. Wieder die Ablage. Und fast der nächste Versuch. Das war Ball gespielt. Es gibt das Einkicken für Amina Bielefeld. Kein Fortspiel. Eine richtige Entscheidung von Schiedsrichter Eugen Filz von Preußen, Espelkamp. Jetzt der Konter. Überzahl. Für die Kölner Klasse. Quergelegt. Wieder Konsbruch. Der wird hier Man of the Match. Und jetzt legt er los. Nascht hier alles weg. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Konsbruch nochmal. Überragend. So, jetzt Tor leer. Was für ein Halbfinale. Das geht jetzt hier komplett durch die Decke. Die Arminen wollen unbedingt. Die drehen dieses Spiel. Und jetzt haben sie damit die Sympathie der ganzen alle hier auf sich gezogen. Überragend. Fehlt das Love auf. Da fehlt das Fähnchen der Arminia. Sprechchöre für Arminia Bielefeld. Das hat's hier lange nicht gegeben. So, jetzt die Möglichkeit. Da wird er gehalten. Es muss Freistoß geben. Es gibt Freistoß. Und es gibt vermutlich fürs Halten mindestens eine Ermahnung. Er kriegt die zwei Minuten. und entzürnt damit die komplette Bank des 1. FC Köln. Und Peter Slavov, der dreht fast durch da. Der Trainer der Arminen. Sie müssen die Überzeit jetzt besser ausspielen. Er wird am liebsten rauflaufen. Da haben wir, der ist völlig ausgepumpt. Der ist völlig on fire. Der will das hier mit aller Macht. Schaffen die Bielefelder jetzt den Ausgleich in Überzahl. Konspor in die oberste Etage. Ich sag es nochmal. Sie müssen die Überzahl ausspielen. Das haben sie eben verschenkt. Zwei Minuten noch zu gehen. Vorne Druck. Und dann mehr Fußball. Wieder ein unsauerer Ball. Das kann aber gut gehen. Ja, Freistoß entschieden. Uwe ist angehalten. Jetzt sehen wir es nochmal. Oh, ne. Da geht er ganz normal zum Ball. Und dann springt Vincent Fritzner mit Alamarsano. Kommt einfach zu spät. Ralf Ossum da. Außer sich. Der klettert auch gleich über die Bande. Für mich war das nicht unbedingt ein Faultspiel. Jetzt gibt es die Anweisung da. Angemen Konsbruch. Genau. Zweieraufbau, sagt er gerade an. Hier. Ab zum Trainerteam weiter. Jetzt machen sie es besser. Jetzt haben sie sich gut aufgeteilt. Komplette Breite der Halle genutzt. Abschlussversuch. Den Abpraller. Da müsste jetzt immer ein Mann frei sein bei der Arminia. Ball kontrollieren. Fußball spielen. Hier der Tritt. 1,10 noch die Überzahl. 1,25 auf der Hallen Uhr. Tor ist leer. Ballbesitz Köln. Sie machen es mir zu hektisch. Nach wie vor. Sie brauchen ein Tor. Weiter Ball. Wieder Freistoß. Für Arminia. Ball war eine Hallendecke. So, wir gehen in die letzte Spielminute dieser Partie. So, da mit Tempo spielen. Immer wieder variabel. Immer wieder die Lücke suchen. Jetzt gut gesehen. Und dann ist der Ball im Tor. Mario. Pavlovich. Die Halle steht. 2,2. So, jetzt der reale Keeper wieder drin. Wunderbar das Tor. Mit dem Jubel. Ist das ein Halbfinale? Das hat es so lange nicht gegeben. Sie kann schwenken jetzt wie eine Weltmeisterin. Letzte Minute. Wir sind hier. 2,2. 2,3. Das wäre es fast gewesen. Tor war leer. Aber die Kölner haben Qualität. Die können ja auch noch eins machen in der regulären Spielzeit. Jetzt bei Gleichzahl. Was passiert jetzt? Der Treffer. Für Köln. Und da sehen wir die Emotionen. Sebastian Papalia. Sebastian Papalia. Und wir haben noch 22 Sekunden auf der Uhr. Oh, das war ein unnötiger Fehlpass. Jetzt wieder. Konstbuch im Tor. Tor ist leer. Die Entscheidung. Der 1. FC Köln. Gewinnt nach großem Kampf, nach großem Fight der Arminia. Ins Endspiel um den Freeway Cup 2018. Die waren nah dran. Sich hier ins Neunmeterschießen zu retten. Aber die Kölner einfach eine Stufe besser. Gibt es nochmal den Anschluss? Nein. Das war es. In einem dramatischen, hochklassigen Spiel gewinnt der 1. FC Köln mit 4 zu 2. gegen Arminia Bielefeld. Und die Halle ist enttäuscht. Der kleine Köln-Fan hier freut sich. Es war fantastisch. Es war eine geile Viertelstunde. Vielen Dank. Dafür. Wir sehen Sie gleich nochmal wieder im kleinen Finale. Das Spiel um Platz 3. Und einen riesengroßen Applaus für den zweiten Finalisten. Hier gibt es nochmal die Gratulationen der Bielefelder an die Kölner. Was für ein Spiel. Aber mit dem Betreuerstab wird da abgekriegt.